Das ist auf jeden Fall cool gemacht Also ich find's schon mal cool gemacht, dass er dir das erklärt und er halt eigentlich auch nur Also er erklärt dir das halt so, wie er es einfach erklären würde Das ist halt auf ne geile Art und Weise, weil er es halt schon so kurz und schnell macht Dieser komische englische Akzent Ja, das ist einfach geil Was könnte in einem Ort so geblieben werden? Ein Geheimnisbuch Huh? Ein Buch? Ein Buch? Aber es war da drin Nicht dieser Buch Der Kompanion der Wieser riecht auf dem Feuer Es wäre kein Buch wie ein Buch wie es nicht, würde es? Really? Aha, gotcha! Das ist ein Buch? Das ist der Kompanion der Wieser 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 Ein Buch Das ist so die Interpretation von seinem englischen Akzent Oh, fast hätte ich es vergessen Das erste, was du machen kannst Wenn du den magischen Begleiter kriegst Ist ein Gelöbnis zu leisten Kannst du halt schlecht übersetzen Den Slang da so Du kannst auch Heulen-Süße schreiben Oder einfach Suße, wenn du willst So geil Wo sind die Kleine? Das ist ein echt Oliver Ich meine, der heißt doch Oliver Warum würde da nicht Oliver reinschreiben? Ich hätte deinen Namen sagen können Ja, er ist immer wieder Ach, du heißt Oliver, hallo Oliver Oliver von Oliversen Das ist auch immer wieder Das ist glaube ich with was in der Tat Ich glaube, es gibt Emughty Ich glaube, es 그때 Geduld Wieder Ja,'s zus mereka Es ist halt irgendwie ein bisschen komisch mit dem, was vertont ist und was nicht vertont ist. Ich verstehe zwar, dass wir das ganze Spiel nicht vertonen können, aber... Ja, aber was hältst du, dass du es also... Klar, am liebsten wäre es geil, wenn alles vertont wäre, es geht halt nicht. Ich glaube, das wäre bei so einem 100-Stunden-Spiel ein bisschen schwer. Das ist ja nicht Metal Gear Solid. Ja, aber selbst Metal Gear Solid hat nicht so viel Dialog dann. Hat schon eine Menge. Aber du hättest ja wahrscheinlich dann irgendwie, würdest du das Spiel herstellen, dann hättest du mal die gleiche Zeit für einfach nur Voice-Acting-Sachen aufnehmen. Da dauert ja auch eine Zeit. Außerdem musst du es auch zahlen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oder ich hätte doch die erste gebrochen. Aber es ist doch lustig, das... Ach nee, die können ihn ja gar nicht sehen. Ich wollte gerade schon sagen, es ist lustig, wie das keiner sich daran gestört, dass da so ein Google-DNA mehr rennt. Du bist die kleine Frau, die ich vorher besitzen habe. Huh? Mhm. Wir treffen uns vorhin. Aber... Wie wissen Sie, wer ich bin? Ich bin wirklich, wirklich sorry, Oliver. Huh? Ihre Mutter. Ich bin sorry. Ich konnte sie nicht retten. Huh? Ich bin... Warum wäre du so sorry für das? Ich wollte sie retten. Ich habe wirklich... Huh? Hey, warte! Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Oli, boi! Warum sprachst du in thin air? Mr. Drippy! Sie hat wiedersehen. Huh? Wer hat das? That strange girl. Das ist die zweite Mal, sie versucht zu reden mit mir. Was das? Eine Frau? Woher? Du bist so strange. Ich kann sie nicht in eine Bedeutung. Wie kann sie? Sie hat in thin air disappeared. Was? Also... Da ist das ja so wichtig... Was? Ja? Sure. Go ahead. Do you mind it? Ya know, A sidekick... Huh? A sidekick? Who do you mean? Crikey, das ist cold? Who do you mean, he says! Why not stab me in the heart while you're at... I mean, ME! Haha Eine wirkliche Wand? Komm her an und schau mal, Mann. Es könnte sein wie ein altes Stück, aber es hat all die magie in der Erde, sieht? Es ist, hm? Wauw. Ist das wie die Leute in deinem Welt schreiben? Die Runen sind alle geflogen, also sie haben vielleicht verloren. Aber für unsere aktuellen Worte, ist es eine Schönheit. Neat! Was für Glück. Glücklicher als du weißt, Oli-Boi. Ich habe nie gedacht, dass wir einen finden. Glaubst du, vielleicht hat die Mädchen es hier von mir gebracht? Das ist sehr wahrscheinlich. Gut, jetzt brauchen wir einen Ort, um unseren Spell zu kasten. Um die Gateway zu kasten, brauchst du irgendwo ganz massiv. Du brauchst Raum, um ihm umf, siehst du? Wir brauchen wirklich so viel umf? Umf, schmackes. Ja, was für eine Frage ist das? Magik ist speziell, nicht wahr? Es ist schrecklich, nicht wahr? Du musst die Spelle in das beste Umgebung mögliche. Du bist wirklich neu zu diesem, nicht wahr? Das ist die Beginner-Geschichte, die wir über dich sprechen. Oh, äh, sorry. Jetzt, geh mich da woher mit... Ähm, die Stadt ist großartig, ich glaube. Das ist echt geil. Bis jetzt finde ich es super cool. Ich spiele einen schon von den Dialogen her. Sie einfach cool gemacht sind wie ein Film halt. Hm. Filmstandards. Ich bin natürlich mit der Story weniger, weil das ist halt immer so, dass es ziemlich befront-loaded wird. Ja, aber... Ja, aber... Fight me. That's it, man! You got it! Das ist übrigens links und rechts noch ganz klein in blau, weil ich wollte wo das ist. Ah. Warte auf. Das ist ein rundes Stargeld-Zeichen. Warte auf, mein Mann! Was ist mein Mann zu sehen? Was ist mein Mann? Was ist mein Mann mit einem Hunde? Warum? Warte auf, mein Mann! sie haben das nicht gesehen. Hö! Lass uns mach' einen Schump, crybaby-Buntin! Für die letzte Mal, es ist Oliver! Hey, das ist kein Schumpfesjob für ein crybaby. Das war geil, wie er eigentlich die ganze Zeit disst er, dass kein Tropfen ist. Das war's. Oh. 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 Hey, warte für mich! So, das ist ... dein Leben? Oh, endlich mal! Aber noch ein Weg zu gehen! Hey, Mr. Drippy, das war ziemlich nett gerade. Oh! Oh! That herd of Hulk! Enjoy your first encounter with the majestic wildlife of our mysterious world, did you? Uh-huh. Huh? Jeepers. Oh, Knickers! Where did he spring from? Ah! What do we do? He's not like the big softies just now. He's itching for a fight! Proper savage! Let's run away! Let's run away! Give him a whacking and send him packing! Look, Lively! He's making his move! Oh, jetzt geht der Kampf los! Oh, shit! Kleiner Kläffer! Wie gesagt, es kann Pokémons! It's basically Pokémons! Well, you don't have to sign all the myths! Oh, yeah! I don't know why it's important! BAM! Oh oh, ich muss ja gar nicht viel schaden Ich kann laufen, lol So geil, wenn du das hast, kannst du das einfach auffüllen, aber du hast ja jetzt noch keine, du musst dir einfach glauben Das ist schlecht, der Text ist einfach cool gemacht, einfach weil es Spaß macht sie zu lesen RIP!